Können wir mal bitte kurz über Damsel reden? Damsel? Wieso denn Damsel? Es wird ja mit einem A geschrieben. Egal. Damsel. Der Film ist jetzt jedenfalls neu auf Netflix und ist seit einiger Zeit tatsächlich immer wieder auf Platz 1. Ist der Film jetzt aber auch Platz 1 würdig? Aber worum geht's überhaupt? Es gibt da eine junge Frau, Millie Bobby Brown. Kennt ihr sehr wahrscheinlich aus Stranger Things. Diese junge Frau soll mit einem reichen Prinzen verheiratet werden, weil es dem Volk der jungen Frau nicht gut geht. Das klingt doch auf jeden Fall schon mal nach einem Plan. Man heiratet, allen geht's gut, der Film ist nach 5 Minuten zu Ende. Nee, so einfach ist es dann doch nicht, weil das reiche Volk hat da so ein paar andere Pläne und will die junge Frau als Opfergabe benutzen, um von einem Drachen gefressen zu werden. Millie Bobby Brown, die absolute Hauptrolle des Films, also Damsel, versucht zu Beginn sehr erwachsen zu spielen, was ich gar nicht für nötig halte, weil die Rolle ist ja selbst eine sehr junge Frau. Dementsprechend finde ich das Spiel auch ein bisschen, naja, es ist nicht so meins. Wird aber im Laufe des Films besser, weil Emotionalität und Verzweiflung kann sie einfach. Kennen wir von Stranger Things, spielt sie großartig. Die anderen Rollen sind so eher... Also, die spielen eigentlich auch gar keine Rolle. Die anderen Rollen spielen eigentlich auch gar keine Rolle. Aha. Ich glaube, wer Serien wie Game of Thrones oder Filme wie Herr der Ringe mag, der wird diesen Film tatsächlich auch sehr mögen. Ich persönlich fand's teilweise sehr lange erzählt, weil drei Viertel des Films geht einfach darum, vor dem Drachen wegzulaufen. Die Special Effects von dem Film sind tatsächlich richtig gut. Ich finde die Kostüme der Schauspieler auch richtig gut. Und für mich ist tatsächlich der Drache absolut der Star des Films. Man wird von dem Film aus meiner Sicht ziemlich gut unterhalten, aber eben auch alles so nebenbei, was bei vielen Streaming-Filmen mittlerweile aber so ist. Es ist also nicht schlimm, wenn man nebenbei auch mal sein Handy in der Hand hat und ein paar WhatsApp-Nachrichten schreibt oder Social Media durchscrollt. Deswegen, wenn ihr mal überlegt, was man an einem Abend easy weggucken kann, dann passt Demsel da perfekt rein. Wie viele Punkte gebe ich diesem Film? Sechs. Sechs von zehn Punkten. Okay. Okay. Okay.